Die Welt liegt in Trümmern. Lässt sich in all dem Chaos einen Erlöser finden? Oder müssen die Menschen sich selbst einen erschaffen? Die Kompliziertheit der Welt ist schwer zu ertragen. Wo aber führt es uns hin, wenn die Menschen ihre Überzeugung aus dem Großen Ganzen herausschneiden und sich ihre eigene Wahrheit zusammenbauen? Wir alle wissen, dass etwas fehlt, etwas ist nicht da für uns. Aber es ist normal, es ist mehr als das Wettbewerb für die Erlösung, das Wettbewerb für eine Antwort. Ich fühle mich wirklich, dass das Wettbewerb oder die Europäische Leben wirklich gut ist. Und das auch schützt mich, warum diese große Krise ist. Populismus ist hier und die Wahrheit hat so viele Perspektiven. Und sogar in meiner Kindheit, die Wahrheit war, wir hatten eine Wahrheit. Und das ist weshalb ich glaube, dass Low and Green heute sehr gut reagiert hat. Es ist sogar ein super kontroversierter Stück. Wie weit können wir die Welt nach unseren Vorstellungen gestalten? Oder sägen wir dabei immer auch an unseren eigenen Wurzeln? Heute, natürlich, in den Workshops, es ist möglich, wirklich viel zu machen. Und zu machen hyper-realistische Dinge. Aber die Frage ist, ob es notwendig ist. In diesem Fall war es sehr, sehr wichtig, zu haben, wie ein Implant für diese drei Locationen. Das ist auch ein Libretto. Und das Wettbewerb. Let's sagen, es kann für jemanden sein, eine Exhibition Hall. Aber für uns ist es eher ein Raum für Erfahrungen. Am Ende sind wir doch nur Teil eines Ökosystems. Es ist eine Art von einem Post-Humanen Welt. Es ist eine Art von Imaginative Zukunft. Wir sind in dieser Art von Laboratorien. Wir wissen nicht, was ist hinter den Türken. Wir wissen nicht, dass keiner kommt und keiner verlassen wird. Und diese Leute warten für die Heilung. Es ist eine Reihe von Survivoren. Oder sie kommen einfach zusammen für eine Exhibition der Menschheit. Die Künstler hat gedacht und komponiert alles. Schon in der Partitur gibt es eine sehr präzise Inszenierung. Wir, die Künstler, haben natürlich auch eine Freiheit wie heute. Aber es gibt in der Partitur eine Dimension von Raumorganisation. Für mich ist es wichtig, zuerst zu verstehen, genau was er wollte. Und dann konkret zu organisieren. Wie könnte es am besten klingen? Und ich liebe persönlich, ein Theater, ein Saal zu benutzen, am besten. Also das liebe ich sehr. Ja. 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 Es ist keiner Gesellschaft zu wünschen, einen Lohengrin zu bekommen. Und doch hat ein übergroßer Komponist uns einen Erlöser gebracht, mit dem wir nun zurechtkommen müssen. Am Ende müssen wir wahrscheinlich einsehen, es ist da eine Wahrheit, die größer ist als wir. Und das Teil der Meteorität und die Höhe deszendung ist auch, dass wir uns selbst sehr klein sind, es ist nicht die wichtigste. Und auch, wenn wir das Höhe deszendung haben, wir benutzen Gestürungen, was auch die gesamte Gruppe der Menschen benutzen. Das bedeutet, dass wir unser Lohengrin wählen, aber am Ende wir lernen, dass er Gott ist. Dann all of us is a children of God, if God exists. I mean, who knows? I mean, who knows? Amen. 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 Amen.